Das ist euer Team und ihr werdet hier alle gemeinsam das Ding richtig rocken! Haben wir hier eigentlich Legends? Das sind vier Leute, die es schon mal mitgemacht haben. 1, 2, 3 Mal. Also Legends, zeig mal nach der Arme. Ansonsten werdet ihr auch nachher Legends sein. Und jetzt einfach mal alle put your hands up! Bevor es los geht, es geht gleich los, ganz kurz fünf wichtige Regeln. Regel Nummer 1, die versteht ihr ganz bestimmt. Ihr habt richtig Bock drauf! Habt ihr richtig Bock drauf! Ja, das hier ist X-Lenix. Ihr werdet testen, wie Extreme drauf seid. Wir werden testen, wie gut ihr als Team zusammenarbeitet. Und ihr werdet testen, wie eine Ex ihr seid. Und deshalb bekommen wir noch ein Ex! Ex! Auf die andere Reihe, gebt mir ein Ex! Das ist Action für alles, was ich hier gleich sehen will. urufe-lachen . Nummer 1, 2, 1, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 6 Uhr, 7, 6, 7, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11 bis 26!! culegt denen, der Start oben hat würdet Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020